Untertitelung des ZDF, 2020 Frieden ist was für Schwuchteln. Weißt du, wie der Film mal werden soll? Gehen Sie rein! Die erste Hälfte sollte einen perfekten Rahmen abgeben für einen Film, in dem es um Rache geht. Was ist los, Süßer? Das teile Schlaf ohne Ende. Verpiss dich, Billy! Bist was? Bist du angepisst, Baby? Warum sollte ich angepisst sein? Weil du ne F***... Billy! Wer bist du? Leg die Hände, Freundchen. Nein. Ich hab ne Waffe. Na und? Ich hab Bonnie immer geliebt, als wär mein eigenes Kind. Erstens, ich will dieses Bild nicht in meinem Kopf, klar? Zweitens, sie hat meinen Hund verloren, Mann. Die Story kann fast nur trostlos enden. An alle Psychos! Seid ihr übergeschnappt oder gestört? Ja, schon klar. Und ist deine Story irre oder abgefahren genug? Verwenden wir sie vielleicht für unseren Film. Hab ein bisschen Vertrauen in Jesus Christus, deinen Herrn, und lehn es ab, diesen Schwanz Lutschern irgendwas zu sagen.